Musik Wir sind die Spree-Löwen aus Berlin-Spandau. Wir spielen im Berliner Betriebssportverband Fußball. Das sind sie also, die Spree-Löwen aus Berlin-Spandau, ein Team, bei dem Zusammenhalt und Familie an erster Stelle steht. Der Sinn dieses Vereins ist, dass hier auch Familienväter spielen können, denen es ein bisschen schwerfällt, dreimal die Woche zu trainieren. Nicht nur Familienväter sind hier herzlich willkommen, sondern auch deren Nachwuchs. Die Spree-Löwen sind nicht nur familienfreundlich, sondern auch sportlich begabt. Wir werden versuchen, in der Oberliga so weit wie möglich vorne zu landen. Letztes Jahr wurden wir Dritter und Großfeldmeistertitel, den wir letztes Jahr gewonnen haben. Hallenmeisterschaft sind wir jetzt gerade dabei, da sind wir letztes Jahr Vizemeister geworden. Wir würden uns tierisch freuen, wirklich tierisch freuen, wenn uns viele Leute wirklich einfach mal ansticken und wählen würden. Wenn also auch Sie der Meinung sind, dass die Spree-Löwen den Amateursportpreis verdient haben, dann stimmen Sie ab für die Spree-Löwen aus Berlin-Spandau.